Flippendo! Flippendo! Yay! Ektoplasma ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurückgelassen wird. Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Mit einem Entschleimzauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. MLG Pro Entschleime! Flippendo! Flippendo! Hier ist doch bestimmt noch irgendwo irgendwas. Also ich bin mir sicher... Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier oben in irgendeinen dieser Teile da irgendwo reinkommt. Das weiß ich noch. Du kannst den Entschleimzauber auch verwenden, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Entschleime! 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 Flippendo! 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 Ectoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraftpunkte aus. Je länger du mit Ectoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Flippendo! Alter! Entschleimen! Rektus Empera! Flippendo! Flaxen oder wat? Rektus Empera! 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 Ja, schön. Auf. So, falsch. Mehr. Geht nicht mehr. Dann nicht. Dann halt nicht. Man kann ja nicht alles haben. Mega Power. Oh, Rinder. Yay. Jetzt liest ihr auf, warum ich das einfach so ignoriert hab, diesen Raum. Einfach nur so schnell mal durchgerusht bin. Bald haben wir's. Ich finde es sehr schön, dass du mit mir übereinstimmst. Schön, schön. Platsch, platsch, platsch. Da oben ist der Raum. Ich weiß es. Ah, ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Komm her. Komm her. Du Sackratte, komm her. Hallo, ich bin neben dir. Was willst du eigentlich? Ey, das dauert jetzt besser, oder? Komm jetzt, geh da nübber, du alte Sackerhärte. Uff. Flick' endo. Mach hinne jetzt. Flick' endo. Flick' endo. Yay. Scheiß Vieh, ey. Entschleime. Entschleime. Ja. Fäll' ich eh runtergemusst, also von daher. Flick' endo. Flick' endo. Ey, willst du jetzt flaxen, oder wat? So, ist fein. Jo, ist gut. Problem ist... Katriss, dann zieht er hier vorne. Ey, mach doch immer, ich lebe. So. Dankesee. Ui, ich gern. Jetzt aber. Es gibt noch nicht noch mehr von diesen komischen Gammeltreppen. Waren, das noch mal jetzt. War das nicht hier? Uuuuuh. Ach. Ich gebe jetzt her, Jo. Das ist ein Wichtel aus Cornwall. Ja. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Mit Rictusempra kannst du sie betäuben. So, jetzt zeige ich mal einen kleinen Trick. Naja, betäuben ist anders. Ja, so. Ja. Ja. Einer der wichtigsten Orte im ganzen Spiel. Weil, da gibt es nämlich noch ein Sternchen. Und ich habe den erst nie gefunden. Was ist los? Rictusempra. Alla Aurora. Alla Aurora. Bonk. Entschleime. Er lag kurz, er laggt. Möchtet leid. Entschleime. Nein. Nein. Und das erste Mal gestorben. Tja. Nein, nein. Nein, nein. Das ist irgendwie die ganze Kacke. Ich kann das nochmal machen. Ja, genau. Ähm. Entschleime. Ich weiß gar nicht. Das ist nicht so. Warte nochmal, da habe ich jetzt nicht mehr eine Windkanne noch oder ist die jetzt weg? Fliebendo. Rictusempra. Fliebendo. Fliebendo. Entschleime. Ich hätte sie zum Beispiel nicht mehr gehabt. Muss man ja wissen. Entschleime. Yay. Yay. Ja, auf. Komm. Komm, 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 komm. Geist du auf den Kackvieh hier. Ja. Und nochmal stöhnt gelandet. So. Ich hätte schon gerne den Flügel rumschleimt da oben. Also von gerne kann man nicht reden, aber ich hätte den halt schon. Gerne. Stehst du? Für was hältst du dich eigentlich? Ah, ich glaube, ich habe vorhin was vergessen. Ich habe vorhin wirklich was vergessen. Shit. Ich glaube, das kriegen wir nicht hier mit allen Sternen hier. Ich muss mal wiederholen. Also. Ich muss mal wiederholen. Das ist ein Wichtel aus Korn. Wichtel sind wirklich lässige und nervtötende Kreaturen. Und wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser von ihnen in. Also diese Apparate hier, das ist ja echt schön. Mit Rictusempra kannst du sie betäuben. Oh, der Geist. Einfach mal so richtig durch. Ähm. So. Hier. Und dann das hier. Und dann das hier. Und dann das hier. Und dann das hier. Ich glaube, immer wenn dieser Sound kommt, dann ist es auch, wenn man keinen Lumos mehr hat. Noch so unnötig. Glaube ich zumindest. Ich bin jetzt auch viel, viel Bohnen da. Ich bin klein. Ich bin mal wieder hier. Ich bin klein. Das war doch noch was. Silberne Bildkarten sind das Wichtigste im ganzen Spiel. Das geht ja gar nicht um die Storys. Es geht nur um die silbernen Bildkarten. Für die, die dieses Spiel nicht kennen, die werden noch herausfinden, warum. So, knapp an der Kante hängen geblieben. Mal schnell einen Edge Glitch gemacht, ne? Einen sogenannten Edge Glitch. Ah. Nein, war kein Edge Glitch. Am Edge Glitch wäre ich jetzt out of bounds, aber das wäre hier in dem Spiel auch nicht so praktisch. Sie ignoriert mich einfach mal so. Ah genau, hier habe ich es das erste Mal, dass ich es vielleicht so lange gehangen, weil... Deswegen. Ich muss etwas finden, was schwerer ist, als ich und Väter und Hestis war. Und da Hagrid ja gerade nicht vor Ort ist, muss ich mich mit etwas anderem begnügen. Ich schnapp' noch was jetzt mal hier so den da, ne? Ah, ich kann den Treppen hoch zu springen, da wird immer in den Treppen hängen laufen, aber lieber düm-du-du-du-da-dum-du-du da-dum-du-dum-du da-dum-du da-dum-du da-dau-dum da-dum So ist fein. Oh, zwei hässliche Viecher. Spostis. Plonk. Was los? Was los? Was los? Die Heikes. Die Heikes. Die Heikes, genau. Ja, wir haben ein Blitz mehr. Einen verdammten Blitz mehr. Nein, 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 nein. Scheiße. Das ist ein Blitz. Das ist ein Blitz.